Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das Lichtermeer für den Frieden in Österreich, für die Freiheit in Österreich und für die Souveränität des Volkes von Österreich. Das Lichtermeer für den Frieden in Österreich. Die ganze Welt leidet unter dem selten Problem. Wir haben die glückliche Lage, dass wir hier in Österreich auch in dieser Phase darüber sprechen können und uns hier zusammen können. Die Welt schaut heute auf uns und hat einen Impuls bekommen. Einen Impuls für die Freiheit. Und damit wir diesen Impuls, diesen Schmuck auch weiter behalten und nicht jetzt einfach sagen, okay, jetzt fahren wir da und dann fahren wir wieder nach Hause. Ist heute auch etwas gegeben, was keiner so richtig mitbekommen hat? Wir haben euch vorher berichtet von unserer Parteigründung in Deutschland, in die Rekte, wo ich als Österreicher Vorstand bin, die sind. Wir haben heute hier auf diesem Platz um 14 Uhr auf der Versammlung zum Schutz unserer Verfassung und unserer aller Menschenrechte die Entsprechung für Österreich gegründet und umkreisend beim Innenministerium deponiert. Und das andere, was wir in Österreich natürlich ein bisschen angepasst werden, und damit jeder, der mitmachen möchte, bei der echten, direkten Demokratie, der Demokratie des Menschen und nicht der Demokratie von Interessen zu tun, sich informieren kann, mitmachen kann. Ganz ausdrücklich ist es keine Exklusivlösung, denn Demokratie heißt pluralität und deswegen erlaubt und wird ausdrücklich in der Satzung Doppelmitgliedschaft auch in anderen Parteien. Und wenn die Wälder sind, für ihn diese Partei, genau so wie der in euch wie auch im Reichstag steht, das erklärt euch, der wird das viel besser kann als ich. Wir haben ein Ziel und ich habe es gerade gesagt, ein Ziel, das wird nicht nur größer, es wird nicht nur deutsches, es wird alle Menschen. Es wird Menschen, ob sie sich heute lebens oder rechts verordnen, ob sie heute jüdischen Laums, christliche Laums und jüdischen Laums sind, ob sie arme sind oder weiß sind. Wir wenden uns an alle Menschen. Wir haben ein neues Gehirn, das ist jetzt nicht mobil, das ist jetzt auch nicht für wir, sondern wir haben einen Raum, die mit den Gemeinsamen wurden die Dienste am 5. Oktober 2020 organisiert, sie spricht von der Oreni und sie spricht von der Andropathie. Was ich eigentlich bedeuten soll, ich finde das heute noch nicht zu tun, es ist die Herrschaft des Menschen, es ist die Volksherrschaft gemeint. Wir wollen einbringen für die Herrschaft der Menschen. Und ich habe heute Nachmittag mit jemandem ein Gespräch geführt und wir haben gemeinschaftlich alles heute festgestellt. Diejenigen, die uns heute führen, ob sie bei den Roten oder bei den Grünen oder bei den Schwarzen oder wie auch jemand im Kiel ist, jetzt haben wir niemanden, das ist der Kult. Im Höchstbereich haben total bekanntes. All diejenigen, die heute in wichtigen Positionen sind, sind es seiner Gottes in der Regel nuscht geworden, weil sie die besten Leben mit den besten Visionen, in den besten Ideen halten und dann weil sie die richtigen Steigbügelhalter haben. Und ich sage es ganz freundlich, Sebastian Kurz ist nur euer Bundeskanzler geworden, weil die Marke Kurz mit Unterstützung reicher Kräfte wie hier gewohnt. Denkt darüber nach. Denkt alle darüber nach. Ja! 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 Sebastian Kurz markiert und fahrtisch daherkommt. Aber er ist ein Projekt der Eliten. Denkt doch immer nach. Ich meine das sehr, sehr. Und wir wollen, dass wir die Herrschaft der Menschen in den Vordergrund rücken. Und das geht nur über Volksentscheide. Wir müssen die Herrschaft der Parteien und die Herrschaft der Eliten. Ja! 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 Wir wollen in Deutschland und in Österreich und weit darüber hinaus euch alle besehlen und im Wunsch für die Herrschaft der Menschen alles zu tun. Für uns alle, alle zu tun. Für eure Familien, für all die Menschen, die euch wichtig sind. Wir wollen einen über Volksentscheid den Weg zur Selbstbestimmung geben, damit keine Regierung uns sagen kann, was wir wollen, sondern wir sagen den Regierenden, was wir wollen. Ja! Und wenn wir heute, ich als Deutscher, ich als Deutscher zum Aktionen, gesagt habe, als ich mich gebeten habe, zur Erhöhung zu stehen, im Vorsitzender direkt zu werden, wir als Deutsche wollten eigentlich nie wieder Ja, in Österreich, in der Politik, in der Europäischen Union... Ihr müsst... Ihr habt doch gedacht, das wird das Buch auch... Ja, das wird sehr hoch. Wie vorhin erwartet, also das eigene... Ja, das ganze Klo-Mann hat doch ein großartiges Geneistrum für Deutschland. Du hattest voll in Kälte! Aber, wir wollten sich gar nicht so sicher, wie wir das hier denken. Weil uns ist eines wichtig, hier spricht gerade jemand zu euch, der von den Menschen, die wir hier zusammen mit in der Zeit gehen, von Nahe nach einem Fahrrad-Moderator, in eine Nazi-Ecke gestellt wurde. Und ich sage es ganz deutlich, wir stehen für den Freisten hier, um sich weder unter einem Tyrann-Stadion noch unter einem Tyrann-Hitler leben zu müssen. Wir wollen für die Menschheit alles erreicht. Wir wollen uns für die Freiheit der Menschen einsetzen. Und wir wollen nicht, dass ideologische Mustermenschen sich hören wollen, die nur das zu denken und zu tun haben, was sie drüglich halten. Weil jeder Mensch soll selbst zu sich entscheiden, was er drüglich hält. Und was bei den Wachstum, bei Spanien, wie die in der Gesellschaft war, das war bei Adolf Hitler die Volksgemeinschaft. Wir stehen hier nicht dafür, das Kollektiv zu überhören und über alles zu stellen, sondern die Freiheit des Intendidums. Dafür wollen wir alles tun. Und ich bitte euch Österreicher, uns Deutschen zu helfen, bis zum Bundestagswahl, dass wir für die hektische Demokratie, fahnenbrechend wirken können in Deutschland. Und wir Deutschen wollen euch unterstützen ab dem September, Ende September hier in Österreich. Wir müssen Zeichen setzen. Ihr wisst alles gut für die Hektische Demokratie. Und ja, wir haben eine Partei, und das gilt mir auch reiner persönlichen Erfahrungen sehr. Aber wir leben in einem Parteienstaat. Und ich werde euch jetzt hier und jetzt noch etwas wieder auf den Weg gehen. Es gibt einige von euch, die träumen von Revolution, die träumen von revolutionieren von Not. Einige von euch sind vielleicht sogar bereit, dazu Gewalt anzuwenden. Aber ich sage euch sehr deutlich, die französische Revolution wird ja heute im Nachgang sehr verwehrt. Aber sie töte dazu das gut auf den Straßenland, dass sich tausende Menschen auf der Geschichte landeten. Und selbst so wisst ihr, ja, in der Anfangsphase der französischen Revolution in Europa landete am Ende wieder französischen König und ging der 16. Ausdienst davon. Denkt doch mal nach. Ihr mögt vielleicht bei einer Revolution zu Beginn euch dann umgehen, aber ihr werdet möglicherweise am Ende alles verlieren. Selbst das Wichtigste in euer Leben. Und das wollen wir nicht. Wir stehen für absolute Gewaltfreiheit. Ich sage das immer wieder. Und dieser Mann hat seinen Volk aus der Syrannei der Engländer geführt ohne Gewalt. Deshalb meine Bitte, lasst uns im Weg der Liebe gehen und wir werden uns das beide lieber umhaben. Und ich glaube festgehalten, dass unsere Vision, die Herrschaft der Menschen, ob ihr links seid oder rechts seid, ob ihr arm seid oder reich seid, ob ihr schwarz seid oder weiß seid, dass wir mit dieser Vision die Herzen der Menschen erreichen können. Und ja, Angela Merkel in Berlin und Sebastian Kurz in Wien, habt Angst vor uns. Habt Angst vor der positiven Botschaft, vor der Liebe, die wir in die Welt haben. Und ich denke mich an alle neuen Parteien, die sich gerade gründen. Wir bieten nicht nur die Möglichkeit einer Europenmitgliedschaft, sondern wir haben zu anderen auch die Möglichkeit, dennoch weiter Ämter bei uns herzunehmen. Wir wollen Rücken bauen. Wir grenzen niemanden aus. Wir reichen jedem die Hand, der sich mit uns gemeinsam für die Volkswirtschaft einsetzen will. Deshalb lasst uns nicht in Feindschaften auseinander gehen, sondern lasst uns die Hände reichen. Lasst uns uns auch besinnen, was für uns alle wichtig ist. Nämlich der Friede, die Freiheit, die Wahrheit und die Selbstbestimmung der Menschen. Und in diesem Sinne danke ich euch für diesen wundervollen Tag. Es war ein großartiger Tag hier. Und in diesem Sinne nein danke ich euch für diesen wundervollen Tag. Ich wünsche euch alle schon zu bewegen. Und ich würde euch auch wieder sehen lieben. Wir wünschen euch das Pyramidial zu spüren. Wir möchten keinen den Machthaber hervorhaben. Wir möchten, dass Menschen sich auf Augenhöhe begegnen können und Gemeinschaften bilden. Alle miteinander. Denn alle Macht gehen um Volke aus. Ja! 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 Das ist schön, dass wir für uns so viel für uns stattfindet können. Da machen wir so viele Fragen, wo wir Ihnen sagen können. Wir fragen Sie mir. Und wir sagen nicht, wir bedanken euch. Ich denke euch. Es ist ähnlich fein, aber wir müssen heute auch noch eine Sprüche draufschiedeln den ئiden der Platz. Ich sage danke für euch! Ich habe gerne reingesommen. Ich hoffe, dass Domana dreistigsten Grad auf Richtbesuchten der Kundgebung der Wir werden weiter machen, wir werden nicht stehen bleiben, weil wir haben da etwas vor uns. Alles begonnen, jetzt! Wir haben schon eine Freizeit! 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 Heute wollen wir nicht so viele Leute. Also so 20, 30, 45,000 Menschen, ganz normale Größen haben. Was haben wir? Ist das großartig! Und jetzt wollen wir jeder, der wieder in den Fahrern hat, und die Jungs reinbringen. Hoch mit den Fahrern! Für Österreichs Freizeit! 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 Am 31. Jänner! Sittet! Zu einem anderen Veranstaltungen, das jetzt alle mitkriegt! Auch wieder! Eine große Versammlung statt! Ich lade euch ein! Ich lade euch ein! Wir müssen den Hut auf der Dauer! Jawoll! Und weiterhin darfst du laut sein, mutig sein! Juhu! 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 Und wenn denn, was alles versucht wurde, diese 10.000 Menschen schon lieb abzuhalten, dann hat diese Regierung und diese Politik ja schon lange verloren. Und alle anderen finden sich in einem reißen Stein, wo es euch auch weiter geht, mit ganz vielen Menschen, und jeden Tag wird das Licht und der Mund singen und die ganze Kultspartie wird ihr weggegeben, wenn sie sich gehen lassen und es ist ein Wartigkei, also ey, schau! Also nicht nur, dass die Wurten bei der MZ am Nachmittag das Glück nicht gewollt war, sondern dass ihr nicht um diese Zeit, wo es auch stolz ist, alle wieder durchschnittst und sagt, was ihr wollt, vielen Dank dafür! Ja! Ich bin stark! Ich sage euch, dass wir euch heute alles haben vermitteln können. Und zwar, dass es trotzdem in einer sehr dunklen Zeit steht. Aber glaubst du, diese dunklen Zeit dauert immer lang, die dunklen Zeit wird vielleicht dann der Regierung, aber nimmer gleich! Wir haben letztlich seit dem Glück nicht gewollt, aber heute ist es bei mir klar, heute ist es noch verhindert, wir können uns nie, 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 nie mehr wieder auseinander dividieren lassen. Juhu! So ist es! 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 Ja, wir haben einiges von Politiken, ich habe noch einiges von Parteien gehört. Es ist in Ordnung, aber anfangs ja egal. Ihr als Frager-Team, wir lassen uns nicht politisieren. Wir sind gleich los und wie wir sind als Mensch. Und sonst wollen wir aber leider Stimme verleiten, wo wir glauben, dass es einen Sinn macht. Und sehr viel Leiter geben an meine linken Seite. Ich sage euch schon was für ein Bild. Schreibt mir, dass ich stehe. Bitte schön. Ich wünsche euch einen Applaus. Ich habe Hans-Jörg Grüner, ich war ja schon mal da. Am Nachmittag ab dem deutschen Bundestag. Und er sagt richtig, Parteien spielen keine Rolle. Wie in der Zweite hat es richtig gesagt. Ich kenne keine Parteien mehr. Und jetzt anders, ich kenne nur noch Menschen. Und ich kenne nur noch Menschen. Und vor euch Menschen, wenn ich mich zu meinem Mut ziehen, dass es lange durchgehalten hat. Ich war auf dem kleinen und großen Bundeskanzler in Deutschland jetzt und schon mal gemerkt. Und ich möchte euch vergleichziehen. Ich möchte den Vergleich zu diesem Verhalten der Polizei. Ich behaupte, war ja am 18.11. von dem Reichstag in Berlin. Als völlig friedlich demonstraten. A politische Menschen, denn überhaupt Linke, keine Rechte. Mit was wir an uns gesammelt gespürt würden auf der Polizei. Und ich fand es so schön, heute hier zu sehen. Erst wieder und dann auf einem Spaziergang. Wie wünscht sich und qualifiziert sich und loyal sich die österreichische Polizei, dies der von Franken gegenüber verhalten hat. Ja, danke! Herzlichen Dank österreichische Polizei. Und wir müssen jetzt in die Strecke gleich eine neue Zuschauen. Deutsche Polizei, schaut auf dieses Land. Lernt von der österreichische Polizei. Österreich, Deutschland, Deutschland, Deutschland. Ich danke euch. Herzlichen Dank. Vielen Dank an Sie. Wir sind bald auf Deutschland. Aber es ist die ganze Welt, in der man gerade betroffen wird. Die ganze Welt, überall. Und gerade in der Maschentat zum Beispiel, da sind ganz viele Kinder gestorben. Und das ist meiner Meinung nach, morgen, das geht gar nicht. Und deswegen werden wir aufstehen und wir werden liegen. Wir alle, auf der ganzen Welt, alle liegen. Wir sind alle, dass wir die Welt sind und die Menschen sind. Wir sind Menschen! Wir sind Menschen! Wir sind Menschen! Wir sind Menschen! Genau! Wir sind Menschen! Genau! Liebe meine Menschenfamilie! Liebe meine Menschenfamilie! Habt jeder in sich! Und habt Ehe in sich! Wir sind kreativ! Wir wollen unser Gedächtigkeit nicht in einer Nacht verwechseln! Wir wollen lachen! Wir wollen Freude zeigen! Wir sind miteinander und füreinander wahr! Ja! Wir stehen heute hier alle vereint gemeinsam mit dem Volk und die Menschenrechte ein. Deswegen möchte ich euch noch einmal hören Friede! Freiheit! Souveränität! 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 Ich bin eben wieder an Bord. Eine ganz wichtige Sache ist immer, wenn man irgendetwas ist, dass man gleichzeitig hergeht und sagt, ja, aber ich bin bereit, eine Lösung anzudenken, ich bin bereit, etwas zu bauen, was besser sein könnte, ich bin bereit, Verantwortung zu lagen, ich bin bereit, auch dafür zu arbeiten und nicht nur zu sprechen. Und das ist jetzt wirklich ein Punkt, wo wir heute gezeigt haben, viele Menschen sind bereit, sich zu bezeichnen, viele Menschen sind bereit, sich zu versammeln, und damit wir dort hinwollen, wo wir ihn wollen, in eine bessere Gesellschaft, als wir sie je hatten, müssen den Weg weiter gehen und müssen uns noch mehr engagieren, als wir es bis jetzt schon gedacht haben. Dazu sind wir wirklich alle aufgerufen. Freiheit ist keine Selbstverständlichkeit. Man muss sie sich erwerben. Das heute war ein wichtiger Erster-Duntersuch und ihr hört nicht auf. Wir kommen wieder, wir machen weiter, solange, bis wir das Ziel erreicht haben, das Unvollenverein, die Dreierrechte sind, Mensch, von der Sitzung, von der Sitzung, von der ganzen Menschen. Die einzelnener Wesen sind wichtig. Sie können nicht nehmen, das sind die Töne. Die Töne. Sie können, als wir die Töne, von der anderen sie haben, die auch das erst spüren, von der anderen sie hat, sondern wer die Töne, von der anderen sie haben, die wird gelesen. Sie können nicht nehmen, das ist ein bisschen zufrieden. Das ist es, was wir meinen Töne für den Töne für den Töne, der Wir haben es hier zum Aufsinnenter zu helfen, das waren es zum Aufsinnenter zu und das zusammenfassen, das ist es, wenn sie einmal aus, es sich sagt, bis ich bleibe er Circuit. Ich danke euch, dass ihr so zahlreich hier seid, für die Freiheit, für die Gesundheit, für die Liebe von der Band Berge. Wir haben die Wahl, wir können im Gleichschritt mitmarschieren, oder unserer Stimme folgen, und aufhören nur zu funktionieren. Wir haben die Wahl, wir könnten auch mal was riskieren, oder uns verlässlich zeigen, die Hoffnung nicht verlieren. Wir können es versuchen, anstatt gleich aufzugehen, und uns Mut machen, die guten Seiten sehen. Und wenn es das letzte ist, was sind wir dieser kalten Zeit? Wir können wir. Ich entscheid mich für die Liebe und für die Menschlichkeit, denn nur wenn ich geliebt werde, hört auf, Mensch zu sein. Ich entscheid mich für den Frieden, und ich hör immer auf mein Herz. Wir sollten anfangen, uns zu lieben, wir sollten anfangen, mit zu sein. Es ist mir egal, wie oft ich selbst den ganzen Hass, das ganze Leid, mein eigenes Leid erfahren hab. Es ist mir egal, denn wir haben die Wahl, die ganze Wut, um geil die Ängste abzulegen, und unsere Feinde zu umarmen, und uns selber zu vergeben. Lass uns zusammenführen, was uns zusammengehört, und wir können uns nie wieder wechseln. Ich entscheid mich für die Liebe und für die Menschlichkeit, nur wenn ich geliebt werde, hört auf, Mensch zu sein. Ich entscheid mich für die Liebe und für die Menschlichkeit, nur wenn ich geliebt werde, hört auf, Mensch zu sein. Wir sollten anfangen, uns zu lieben, wir sollten anfangen, mit zu sein. Let's get it! Na, 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 na. Ich entscheid mich für die Liebe und für die Menschlichkeit, nur wenn ich geliebt werde, hört auf, Mensch zu sein. Ich entscheid mich für den Frieden, und ich hör immer auf, mein Herz. Wir sollten anfangen, uns zu lieben, wir sollten anfangen, Mensch zu sein. Dankeschön! Ihr Lieben, ich möchte nochmals euch allen euren Traum bedanken. Wir beenden hiermit offiziell die Veranstaltung. Und ein ganz großes Dankgeschehen möchten wir nochmals in die Wiener Polizei richten, für die gute Begleitung des heutigen Tages. Ich danke euch, löst euch in Ruhe und schnell auf. Schönen Abend euch, danke fürs Kommen. Ich bedanke euch an der Polizei und wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Schönen Abend! Viel Dank! Ciao! Ciao! 1 Mal period 2 1 3 Verse 4